Musik Hallo zusammen. Wir haben heute Morgen die Tour gestartet. Wir sind heute losgefahren in der Nähe von Nainwegen. Mit wir meine ich mich, mein Sohn und mein Neffe. Die sind beide elf. Und wir wollen die nächsten acht Tage mehr durch Holland fahren. Heute ist unser Tagesziel Utrecht. Wir haben schon knapp zehn Kilometer hinter uns. Das Wetter könnte ein bisschen besser werden. Aber schlimm ist das nicht. Es ist ein bisschen Mieselregen, was gar nicht angesagt war. Ja. Wir wollen mal gucken, was wir heute alles erleben. Wie sich die Jungs so machen. Und wir schauen mal. Viel Spaß beim Zuschauen in unseren Videos. Bis dann. Tschüss. Quietsche Fotofov an Silmar Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020